Ist es für Sie nicht ein gutes Gefühl zu wissen, dass Ihre Schalung auf der Baustelle sicher und verlässlich verankert ist? Der Doka Express Anker garantiert das. Er ist eine schnelle, sichere und baustellengerechte Entwicklung von Doka im Schalungsbau. Geschwindigkeit siegt. Für die perfekte Befestigung von Elementstützen bei Wandschalungen ist der Express Anker die ideale Lösung. Einfach montiert. Als Schraubwerkzeug genügt zum Beispiel ein Hammer. Sie sind immer auf der sicheren Seite. Optimierte Tragkraft für alle Situationen, für alle Doka-Systeme. Zum Beispiel bei den Doka-Tischen in Verbindung mit dem praktischen Zurgurt ist der Doka Express Anker ein wesentlicher Beitrag für höchste Sicherheit auf der Baustelle. Und wie bei allen Schalungslösungen von Doka, hohe Wirtschaftlichkeit ist selbstverständlich. Der Express Anker ist mehrfach wiederverwendbar. Nur ein kleiner Keul bleibt im Beton zurück. Ein weiteres Beispiel für die praxisorientierten Lösungen, die Doka ihren Kunden bietet. Der Doka Express Anker Doka Die Schalungstechniker